Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Battlefield 3 Auf Operation Firestorm, falls ihr das Video vorhin auch noch mal gesehen habt Nein, nein, helf! Nein, oh Ja Naja, das Lenkrad ist fast genauso bekannt wie 1942, ey WTF So Okay, alles klar, dann würde ich sagen, geht's direkt los und rund Wir haben ein feindliches Panzer gesichtet, der zu euch unterwegs ist Das bedeutet, nach vorne, nach vorne, aufhören Feindliche Schneider beschossen in eurem Gebiet Oberst Ja, okay, den, ähm, das ist den Ah, F***! War der dann schon hinter dem Ecke wieder, oder was? Nee, hä? Na fuck, der kam von hinten, okay. Hätte ich ihn umdrehen können, dann hätte ich ihn gesehen, schade. Ähm, wo spawn ich denn jetzt? Wenn dann, wo ist der? Sehr gut. Ich brauche einen Schrauber, den ich dieses Scheiß einmal anziehe. Achtung, das Einsatzziel wurde neutralisiert. Umwacht. Okay, alles klar. Äh, A, B, C, D, E, ja, gut. Gut, schon. Ich zoome dann übrigens sofort, weil ich... Fuck. Äh, ich zoome dann übrigens sofort, weil ich dann einfach sofort aufhöre zu laufen. Also, ähm, wie in real life. Hehe. Nee, ähm, ich hab das so eingestellt, dass dann sofort aufgehört. Auf und weg zu drücken. Das Einsatzziel wurde gerade neufig gesichert. Wir haben einen... Das Einsatzziel wurde gerade neufig gesichert. Ich hab gerade ne feindlichen Panzer in eurem Gebiet gesichert. Okay. Gott, oh Gott, das war richtig schlecht von mir. Och, man. Ich hab mir nicht ge... Ne, den hab ich trotzdem nicht gekriegt, glaub ich. Jawohl. Aber schlecht schon. So, okay, jetzt hab ich weil. Wir haben gerade der Scheiß-Ansatz-Ansatz-Ansatz-Ansatz-Ansatz-Ansatz. So. Aua. Na, ist da einer, der mich retzt und dass ich dann schnell wegrenne? Nope. Da ist keiner. Hehe. Zwei, drei. Verdammt. Ich weiß nicht, welche Waffe denn nicht gut ist. PdW. Ich hab's geblieben. Ich hab diesen Fassfach jetzt auf! Ich hab's nicht Panzerjäger in eurem Einsatzgebiet gesichert. Oh, mein Gott. 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 So. Das war nicht gut Das waren ein paar viele Die wir da auch nicht reingeschossen haben Ich stand aber auf dem richtigen Schiss Ach nö Na gut So Hier deine Kugel Das heißt das Ziel ist verloren Alter man das ist ja mega gut viel Oh fuck Ja okay Ach man ey schon wieder von einem Ah Mano da ja dann gehe ich wieder rein Egal Bzw B und dann zu A Ihr müsst dieses Einsatzziel angreifen Achtung ein feindlicher Panzer wurde in eurem Einsatzgebiet gesichtet Oder ist hier auch ein Panzer Verdammt das Einsatzziel ist nicht mehr in unsere Hier ist das Medi-Kit Hier ist ein Medi-Kit Wiederholen Das Einsatzziel wurde neutralisiert No Achtung Das Einsatzziel wurde erobert Diese Runde geht an uns Jo Jo Alter Wahrscheinlich Alter Was geht denn hier Wieso haben wir denn Alles verloren Was ist Was ist Was ist Was ist Was ist Wann 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 ist das passiert Wie geht den Habお願いします Oh Scheiße Die Granaten ja fuck, ah lol da hinten sitzt einer, oh ne, ah jetzt sitzt da keiner mehr, man ok, ja gut, dann geht es wieder mit B rein, dann geht es mit C oder A, ja, also jetzt nur noch ein Planer C, wie der vordere Teil des Fußes Achtung, wir haben das Eintrittspiel erubert, oh Gott, ich habe mit Feindkampf Neudaten gesichtet, over schließe ich den hier auf fuck ey, wo habe ich denn da hingeschossen, das habe ich jetzt gar nicht mehr so schnell gesehen, ich habe nur gesehen, oh, da kommt einer hoch, habe da aufgeschossen und eine Weile stand tot, da waren einfach ein paar mehr als ich gesehen habe, also, ja, so, was ist eigentlich mit meinen Kumpanen hier, was ist denn das für ein Squad, die greifen nie das an, was ich sage, was sie angreifen sollen, der End fliegt die ganze Zeit nur mit dem Ding so, wie sehen die denn aus, wieso sind die alle unter mir, das kann doch nicht angehen, von Leute velocidad� Sapke,! ich gehe jetzt da, ich gehe dann auf Oh, ne, da sitzt der. Oh, komm, bitte. Der macht jetzt nicht alle da weg, oder? Ach, nö, ach, Leute. Oh, Mann. Wo sitzt der Wichser? Das ist ja wohl, also, das ist ja wohl lachhaft. Okay. Alter! Was hab ich für die KD? 5,9. Das wäre wohl gar nicht. Was hatten wir? Was ist denn das überhaupt für Tügi? So, komm, schneller. Oh, Gott. Alter, da, 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 da. Nie, da. Oh, Gott. So, jetzt. Gut, ist der Typ. Oh, Gott. Mach ihn fertig! Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. 蛇. Wie sind wir? So. So. Alter, jetzt habe ich mal zwei Minuten, musste ich mal ganz kurz telefonieren, ne? Und schon geht es hier. Da eben Bach runter. Kann ich mir nicht angehen. Ich glaube, ich annehme ich das. Ja. Ich meine, klar, jetzt habe ich es mal angeguckt, aber... ...lädte ich auch nicht mehr viel machen können. Ey! Mann, was ist denn mit meinem Team? Wir machen ja nichts hier. Faulisch, was sie ist. So, A, B... So. Sehr gut. Jetzt gleich schon wieder runter. Wir sind ja gleich schon durch mit der Kunde hier. Das ist einem Geschwindigkeit. Diefstab, Geli! Bistab, Geli! Fak. Hier ist dein Mediküt. da hast du dumm reing er von wem denn jetzt von hinten oder was Aha. Gut. Sehr gut. Äh, wo, wo, warte mal, hä? Wo, wo, wo sind wir denn jetzt hier? Wo? Alter, was geht los da rein? Alter, alter. Und sonst blieb noch Hilfe. Gott. Hier ist deine erste Hilfe. Okay. Achtung, wir haben einen feindlichen Panzerjäger in eurem Einsatz gelegt. Oh Gott. So. Boah. Haben jemand gestorben, deswegen nicht. Oh Gott. So, jetzt zieh. Alter. Alter. Das wär immer so torig gewesen. Alter. Ich hör. Leute, da sind ja drei. Oder zwei. Oder so. Also auf jeden Fall mehr. Oh. Fixer. Oh. 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 Das war nicht. Schade. Ey vidéos, alter, wieviel Leben hat der denn?! Hey! Damit kommst du wieder auf die Beine! Danke. Das war aber. Das war aber. Knapp! Achtung! Achtung! In eurem Einsatzgebiet ist ein feindlicher Panzer. Oh! Ach man! Ich renne auch immer, ich habe dann auch immer in den falschen Momenten diese Eingebung von, okay, jetzt sollte ich losrennen, weißt du? Alter! Weißt du, die ganze Zeit still ich mir da einen ab und dann wird... Keiner mehr. Keiner. Sag, okay. Alter! Wo war der denn jetzt? Ach, die ganze... Andere Gebäude. Wir machen das jetzt mal anders. Ihr sammelt euch da ja genau C... Ja, alles klar. Dankeschön. Das ist doch richtig schlau. Wir haben 90 in unserer Abwehr im Gebiet gesichtet. Der D-Splan, um zu B zu rennen, wo ich gerade bei B eigentlich nicht sagen wollte. Sehr gut. Wir haben 90 in unserer Abwehr im Gebiet gesichtet. Das wäre gut. Ey, wir werden das hierher machen. Was hier auf der Abwehr. Wir haben einen Kumpel, nur ein paar Abwehr, aber... Wir werden aber nicht danach habían aufbauen. álter... Die Waffe ist ja wirklich geil. Oh fuck, da oben ist noch jemand. Gut. Aber die Waffe ist geil, die P-D교. Wieso habe ich die denn vorher nicht gespielt? Das ist doch nice, die ist doch genau, die ist drauf, die macht, die macht Bock, den, nö. Okay, da. Ne, was ist denn hier? Mann, kein Wunder, dass ich hier kenne. Naja. Okay, 10, 19, ja, das war nicht so geil wie die andere Runde. Na gut, alles klar, dann vielen Dank fürs Zuschauen und schau doch beim nächsten Mal wieder ein. Ich hoffe, dass ich jetzt demnächst mal wieder ein paar mehr Videos rausbringe, weil das ist ja in letzter Zeit nicht so viel gewesen. Dann, äh, ciao, bis dann, äh, ja. Ciao.